In diesem Video geht es um die besten All-in-One-PCs. Der Qualitätssieger in unserem All-in-One-PC-Test geht an das neue Apple iMac. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es mit dem iMac machen. Er hat ein beeindruckendes Design, ist unglaublich intuitiv und voller leistungsstarker Tools, mit denen du jede Idee auf das nächste Level bringst. Und das neue 27 Zoll Modell sorgt immer für ein besseres Erlebnis mit schnelleren Prozessoren und schnellerer Grafik, mehr Arbeitsspeicher und Speicherkapazität, erweiterten Audio- und Videofunktionen und einem noch brillanteren Retina 5K-Display. Er ist der Desktop-Computer, der alles kann besser und schneller als je zuvor. Auf einem Retina-Display mit einer Milliarde Farben und 500 Nits Helligkeit sieht alles brillanter aus. Dank dem Nanotexturglas macht Sonnenlicht am Arbeitsplatz jetzt keine Probleme mehr. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Lenovo AIO 5i. Leistungsstark und doch perfekt im Gleichgewicht. Jede Menge Features und doch sehr praktisch. Der IdeaCenter AIO 5i packt so viel mehr in sein platzsparendes und doch stylisches Design. Der IdeaCenter AIO 5i wurde für rechenintensive Aufgaben gemacht. Ausgestattet mit Intel Core-Prozessoren bis zur 10. Generation, schafft der AIO 5i selbst die anspruchsvollsten Apps mit Bravour. Der AIO 5i packt besonders viel Bildschirm in ein möglichst kompaktes Gehäuse. Mit extra schmalen Displayrahmen und einem 93% Bildschirm-zu-Gehäuseverhältnis sieht der AIO 5i nicht nur besonders elegant aus, er lässt sich auch platzsparend auf dem Schreibtisch aufstellen. Mit dem IdeaCenter AIO 5i wartet eine eindrucksvolle Soundkulisse auf sie. Die beiden 3W-Hochtöner und der 5W-Besswoofer kommen vom renommierten Haifianbieter JBL bei Hamann. Vergessen Sie manchmal Passwörter kein Problem mit dem IdeaCenter AIO 5i, melden Sie sich in weniger als zwei Sekunden an. Wer kennt es nicht, das ungute Gefühl, dass die Webcam laufen könnte. Dieser Bruchteil einer Sekunde, in dem man sich nicht ganz sicher ist, ob die Kamera wirklich aus ist oder ob alle Ihre Freunde Sie gerade in Ihrem Pyjama sehen können. Das Problem gibt es nicht mit dem AIO 5i dank ein- und ausfahrbarer Webcam. Der Preis-Leistung-Sieger in dem All-in-One-PC-Test-Test ist der HKC AIO 24P1. Der AIO 24P1 ist ein handlicher All-in-One-PC, der sich für alle eignet, die einen einfachen Computer benötigen. Dieser Desktop-PC ist für alle grundlegenden Verwendungszwecke nützlich. Internet, E-Mail und Filme und Serien. Es ist auch ideal für den Einsatz im Studium oder in der Arbeit. Da der Computer in den Monitor integriert ist, nimmt das Gerät nicht viel Platz ein. Darüber hinaus verfügt der PC über eingebautes WLAN, ausreichend USB-Anschlüsse und einen HDMI-Ausgang für einen zweiten Bildschirm. Falls dir das Video gefallen hat, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. werden da'm geschmástig ist, die eine Staffel ist. Die Staffel ist beim Starten abonnalAdmin. Bis zum nächsten Mal.